Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Die Schicht dauert von 13 bis 22 Uhr, zumindest laut Dienstplan Der erste Einsatz. Ein junger Mann randaliert in seiner Wohnung. Kein Unbekannter. Was sie vor Ort erwartet, wissen die Polizisten nicht. Selbst harmlose Einsätze können schnell kippen. Deshalb sollen auch bei kleinen Vorfällen immer zwei weitere Kollegen unterstützen. Doch nicht immer gibt es genug Personal. Heute schon. Vom Vater wurde ich zusammengetreten, von der Mutter wurde ich fast überfahren, vom Bruder mit der Klemmer bedroht. Eine Familienangelegenheit. Der junge Mann ist wütend und will sich nicht beruhigen. Frank Vogtländer versucht, die Lage mit Worten zu klären. Warum wir jetzt hier sind, ist aus dem Grund, man hat uns angerufen, dass sie hier wohl sich nicht mehr ganz im Griff haben und hier randalieren. Und das wiederum ruft die Polizei sehr wohl aufs Spielfeld. Weil das geht nicht. Sie müssen sich hier schon ein bisschen benehmen. Äußerlich ruhig. Doch gerechnet haben sie mit etwas anderem. Ja, das hat man daran gesehen, dass er ab und zu seinen Pullover auf und zu gemacht hat. Dann hat er ihn ausgezogen, dann hat er mit den Fäusten die ganze Zeit gepumpt. Das sind immer so Anzeichen, wo man sich schon drauf einstellen kann, dass das Ganze gleich kippt. Aber zum Glück ist es in die andere Richtung umgeschlagen, dass er dann doch nochmal zur Ruhe gefunden hat. Streife fahren. Das ist eine alltägliche Arbeit für die beiden Polizisten. Und zwar eine besonders wichtige. Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja auch ab und zu mal angesprochen, dass sie sich freuen, dass man öfter mal in der Nachbarschaft bei denen rumfährt, insbesondere in Hinsicht auf Einbrüche. Alleine schon, wenn wir da durch die Nachbarschaft fahren, fühlen sich die Leute sicherer, weil dann ein Einbrecher wahrscheinlich zurückschreckt, da jetzt irgendwo einzusteigen, nur weil wir da vorbeifahren. Könnt ihr das denn personell wuppen, diese Präsenz zeigen? Also einfach mal losfahren und gucken. Nicht immer. Also klar geben wir uns Mühe, das auch irgendwie hinzukriegen. Aber es gibt halt auch einfach Schichten, wo wir von einem Einsatz zum anderen fahren, wo wir das schon fast nicht mehr hinbekommen. Das Ganze muss ja auch später irgendwann zu Papier gebracht werden. Da dann noch Präsenz zu zeigen, ist oft schwierig. Aber wichtig ist es? Auf jeden Fall. Ist ja auch eine der Kernaufgaben der Polizei. Auf dem Weg zur Wache der nächste Einsatz. Plötzlich im Vorbeifahren. Oh, wie sehen Sie denn aus? Deswegen ist das ja passiert. Mensch! Eines der Hauptprobleme für die Stadtpolizisten, die Trinkerszene. Getrunken wird überall in der Stadt, zu jeder Tageszeit. Körperverletzungen gehören dazu. Verbluten wird sie jetzt nicht. Glauben Sie mal, das ist in Ihrem Interesse. Absolut. Brauchen Sie nicht. Nein, brauchen Sie nicht. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. In diesem Fall soll einer der Männer eine Frau so schwer geschubst haben, dass sie mit dem Gesicht auf den Bordstein fiel. Die Frau blutet stark. Wer hat sie geschubst? Von der... Oh, hier. Er... 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 Ja, 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 bitte nicht immer... Hören Sie mal bitte aufzutrinken, ja? Zumindest bis der Krankenwanderer oder wir dann weg sind. Ein Alkoholtest ist freiwillig. Er fällt deutlich aus. Fast alle Beteiligten haben zwischen 2 und 3,5 Promille. Auch bitte einmal festhalten. Ja, ist ja... Völlig bei Ihnen. Halt, 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 halt. So schnell nicht. Sie hatten ja gar keinen Ausweis dabei, ne? So, Sie sind beschuldigt da im Strafverfahren. Da können Sie nicht einfach so gehen. Da muss ich schon irgendwie genau wissen, wer Sie sind. Ja, alles klar. Der mutmaßliche Täter ist vorbestraft und für seine Gewalttätigkeiten bekannt. Wie einige andere hier auch. Haben Sie dann mal einen Ausweis für mich? Sie haben nichts. Nein, hier an. Hier, hier. Die Nase der Frau ist nicht gebrochen. Trotzdem wird das Ganze vor Gericht landen. Es geht um Körperverletzungen. Ein mühsamer Verwaltungsakt. Denn die Frau hat keine ständige Wohnadresse. AT wurde bereits gemacht. Sprich ihm bitte einen Platzverweis aus. Das Einzige, was die Beamten jetzt noch machen können, Platzverweise aussprechen und hoffen, dass sich alle daran halten. Er hat den Ort schon verlassen und dann kann er entlassen werden. Fast 20 Uhr. Eine eher ruhige Geschichte. Gut möglich, dass die beiden Kommissare heute mal pünktlich nach Hause gehen. Wie oft kommt das vor, dass ihr pünktlich Feierabend machen könnt? Ja, selten. Also ist es häufig so, dass binnen der letzten halben Stunde vor Feierabend noch irgendwelche Soforteinsätze reinkommen. Ja, das kann man sich nicht aussuchen. Das ist immer Lage- und Uhrzeit abhängig. Der Klassiker ist es halt, dass es eine Viertelstunde vor Feierabend nochmal in Einsatz hagelt. Dann muss man halt nochmal los. Zurück auf der Wache. Abteilungsleiter Tom Dilling macht den Dienstplan. Freie Wochenenden für seine Truppe muss er immer öfter streichen. Er hat einfach zu wenig Personal. Zurzeit sind wir noch in der Lage, das einigermaßen zu kompensieren. Es staut sich ja immer mehr an. Ich sage, ich habe einen Überstundenstand von 400 zurzeit. Das ist nicht abbaubar. Und wenn man sich dann überlegt, was daraus erwächst, wenn zum Beispiel dann auch die Landesregierung verkündet, wir zahlen jetzt mal 10.000 Überstunden bei Polizeibeamten aus, was das dann auch wirklich auf dem Konto bedeutet. Das zeigt dann auch die Wertschätzung uns gegenüber, meiner Meinung nach, wie manche Menschen mit uns umgehen. Wenn ich letztendlich 13,50 Euro für eine Überstunde ausbezahlt bekomme, dann möchte ich nicht in die Freiwirtschaft gucken. Das Gleiche gilt Feiertage, Nachtdienste, Sonntagsdienste. Wir kriegen an einem Sonntag die Stunde 2,50 Euro extra. Wir sind in Niedersachsen jetzt mittlerweile am Ende aller Länderpolizeien mit dienstungezwingen Zeiten. Ich habe bisher eine Erhöhung in meiner 35-jährigen Dienstzeit mitgemacht. Das war Anfang der 80er Jahre. Da war es noch D-Mark-Zeiten. Da ist es mal verdoppelt worden. Und seitdem ist nichts passiert. Das Land plant, dieses Jahr etwa 1.000 neue Polizisten auszubilden. Hannover. Einsatzbesprechung der Bereitschaftspolizeien. Sie sind keiner festen Wache zugeordnet, unterstützen überall. Zum Beispiel bei Demonstrationen, Fußballspielen, Staatsbesuchen. Und das über die Landesgrenzen hinaus. Aber wir haben noch offen eine Anfrage aus Bremen anlässlich des Spiels Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Wenn wir die 7. entsenden würden, hätten wir noch Restkräfte in der 6., um die Stärken zu erreichen? Das wird eng werden. Die gesamte BFE ist ja weg. Können wir noch Module entsenden zur Unterstützung der 7. Hundertschaft? Da müssen wir dann nochmal mit der 6. sprechen, ob noch was übrig ist. Schieben, tauschen, falschen. Anders geht es nicht. Am Ende ist immer eine Einheit zu wenig, ein Einsatz zu viel. Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren ist es mit Sicherheit mehr geworden. Das kann man ganz deutlich sagen. Da konnten wir schon Einsätze zwei Wochen vorher planen und sagen, ihr kriegt hundertprozentig die Kräfte. Und jetzt sieht es so aus, dass da teilweise zwei Tage vorher noch größere Einsatzanlässe reinkommen, wo man dann mal betrachten muss, ob man die eigentlich schon zugesagten Kräfte auch noch stellen kann. Das heißt, wo man früher weniger Kräfte gebraucht hat, braucht man heute mehr Kräfte. Und das alles aus einem gleichbleibenden Kräftekuchen, der nur einmal verteilt werden kann. Das spüren auch Bereitschaftspolizisten in Braunschweig. Es ist Montag, 17.30 Uhr. Hinter den jungen Frauen und Männern liegt bereits ein langes Einsatzwochenende. Doch es geht gleich weiter. Besprechung für einen Routine-Einsatz. Eine Demonstration in der Innenstadt. Bragida, ein Ableger der Pegida-Demonstrationen aus Dresden. Frank Berger und Maik Heuer führen die komplette Truppe an diesem Tag. Sie tragen auch die Verantwortung für die jungen Polizisten. Ich glaube, er möchte sich auch da mal lächeln. Und sehen, was denn kommt. Genau. Wir haben Teil 1, ganz kurz, Bragida. Das werden wir heute wie immer kurz fassen, weil das ist die wievielte Bragida-Veranstaltung heute, die 53. Ich weiß es gar nicht. Also schon sehr lange. Wir haben Bragida ein verändertes Zeitfenster. Das geht nämlich heute bis 23 Uhr. Aber Bragida, Pegida, Ligi, da ist ja jetzt ein Phänomen, was ja eher neu aufgetreten ist. Bindet das in besonders auch Kräfte? Ja, sicherlich. Klar, für uns eine Hundertschaft. Ja, es bindet eine Hundertschaft für 30, 35 auf der einen Seite und 100 auf der anderen Seite, die sonst heute woanders verfügbar wären, die Kräfte. Also eine Hundertschaft ist schon eine ganze Menge für so eine Lage. Und das immer wieder erkennt montags. Ja. Und nicht nur in Braunschweig. Und das in der Regel nach einem Einsatzwochenende, wo man das Montag freimachen könnte, sind wir halt regional bedingend halt immer noch weiterhin im Einsatz. Dann den nächsten Tag ist so. Eigentlich sollte die Einheit heute ein Zweitligaspiel der Eintracht Braunschweig begleiten. Das übernehmen nun Kollegen aus Lüneburg. Die Bragida-Demo ist zumindest heute sogar Teil der Stadtführung. Auftrag der Polizei? Die Bragida-Demonstration vor Übergriffen der Gegendemonstranten zu schützen. So sieht es das Versammlungsrecht vor. Wir machen die Sperrlinie, sind wir am letzten Mal. Von hier von der Ecke doben rüber. Anne Siebert, Polizeikommissarin, 27 Jahre alt und Gruppenführerin. Sie war bei fast jeder Bragida-Demo dabei. Also ich denke mir immer, klar, souveränes Auftreten, also sprich gewisse Körperspannung und eine gewisse Körperhaltung. Ansonsten darf man sich davon natürlich nicht irgendwie provozieren lassen oder aus der Ruhe bringen lassen. Solange es nicht in das Gewalttätige, also in das Körperliche geht, gibt es da keinen Grund großartig, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Geht los. Die Demo-Route ist kurz, nur wenige hundert Meter einmal um den Block. Trotzdem müssen die Polizisten gegen Demonstranten und Demo-Teilnehmer aufwendig trennen. Habt ihr auch mit, ne? Hier kommt jetzt keiner durch. Und die werden dann so rübergeschoben. Wir werden dann so sträck aufklappen wahrscheinlich. Nun muss es schnell gehen. Die Gegendemonstranten kommen und sollen Bragida nicht erreichen. Seid ihr, 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 seid ihr. Zu Wort kommt hier heute keiner mehr. Es ist die 53. Bragida-Demonstration in der Stadt. In ganz Niedersachsen waren es im vergangenen Jahr mehr als 70 Demos, immer mit Polizeibegleitung. Diese Stärke muss gestellt werden und die können wir jetzt nicht immer als Braunschweiger stellen, sage ich mal. Von daher muss man sich dann auch gut und gerne mal Kräfte von anderen Hundertschaften, von außerhalb herholen, die einen dann sozusagen unterstützen oder, wie es jetzt heute der Fall ist, eben den anderen Einsatz, nämlich den Fußballeinsatz wahrnehmen, was wir mit unseren Kräften eben nicht mehr schaffen könnten dann. Sie wird erst gegen 22.30 Uhr zu Hause sein. Und so für Sie jetzt so privat, wie macht so der Freundeskreis und das Umfeld das dann alles so mit? Ist schon schwierig. Man muss ja an so einem Montagabend auch mal was anderes machen, ne? Ja, ja, natürlich. Es ist natürlich, dadurch, dass es ja eben diese Routine ist, kann man schon von vornherein sagen, okay, montags bin ich eher nicht in der Lage, überhaupt irgendwas zu machen. Das Wochenende ist dann natürlich immer schon ein bisschen schwieriger, weil da wäre eher so ein Tag, wo man sagen würde, gut, dass man am Wochenende vielleicht mal irgendwas unternimmt. Das ist natürlich schon schwieriger, auch gerade, wenn Einsätze relativ spontan reinkommen, dass man dann doch sagt, ja, ich habe erst zugesagt und muss jetzt doch leider wieder absagen. Hamburg. Das Lokalderby HSV gegen Werder Bremen. Die Bereitschaftspolizei aus Eutin ist dafür nach Hamburg gekommen. Auch Polizisten der BFE, der Beweis- und Festnahmeeinheit. Die Spezialisten haben den Auftrag, Straftaten zu dokumentieren und Täter festzunehmen. Jürgen Herdes ist Chef der Einheit. Er ist seit 20 Jahren im Dienst. Zunächst sieht alles nach Routine aus. Es gibt einen Aufruf von den Hamburger Fans, dass sie sich am S-Bahnhof Elbgaustraße treffen wollen. Von da werden sie einen Fanmarsch machen und den werden wir abrufen. Abgesetzt begleiten, so heißt es bei uns immer, das heißt nicht ganz nah ran, weil das provoziert immer und gibt unnötigen Ärger. Trotzdem setzen sie schon Helme auf. Ein deutliches Signal. Ja, also Pyro-Technik wird abgebrannt und Kohlenböller werden geschmissen. Das ist erst mal für uns das Zeichen, dass wir uns jetzt eine erhöhte Einsatzbereitschaft geben, dass wir uns schnell fertig machen, deswegen setzen wir jetzt auch schon Helme auf. Das ist von oben auch gerade angesagt worden. Und es waren jetzt auch weitere Maßnahmen, die jetzt... Polizeikräfte werden jetzt beworfen. Ja, Polizeikräfte werden jetzt beworfen. Ich denke, es geht so langsam los und wir würden uns jetzt fertig machen und uns andersbereit machen. Zum S-Bahnhof oder zur Elkau-Quartage kommen. So, fahr, 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 fahr. Wir stellen uns den Doppelräder hinter. Triff dir mal links rauf, werf her von hinten. Die Beamten treffen auf hunderte aufgebrachter Fans. Nach einem friedlichen Marsch sieht das nicht mehr aus. Die Fans, zum Teil vermummt, zünden immer wieder Böller. Herdes und seine Truppe müssen die Taktik ändern. Wir gehen in die Kuppaufstellung, ne? Ich mach einmal eine Ansage und dann brauch ich nicht filmen. Hey! Finger weg, Mann. Wir machen hier die Ansage. Wir wollen unser Dörbys nicht feiern. Erstmal, dass wir den Führer sind, sonst lässt die Polizei auch nicht weiter. Einer der Fans versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Vergeblich. Sag mal an, dass wir das so nicht halten. Da muss er Wasser einsetzen. Wir brauchen Kräfte, das halten wir nicht. Wir haben auch wieder eine Kacke. Wir verfolgen auch mal seinen Inlass der Hamburger Süd. Ja, zu blöd, ne? Das sind Ihre eigenen Leuke. Entschuldigung, kommen wir hier jetzt nicht durch? Nein, ist gesperrt. Wie lange? Wir warten darauf, dass die die Pyrotechnik nicht mehr werfen und auch die Vermummung ablegen. Dann begleiten wir einen Fanmarsch. Ob die das in ihrer Gruppe umgesetzt bekommen, das ist spannend. Da bin ich mal sehr gespannt. Schauen wir mal. Die nächsten Böller. Das ist nicht zu glauben. Ihr könnt ja einen Fanmarsch machen, aber ihr müsst friedlich sein dabei. Ich bin aufgeregt. Ja, ich auch. Wir drohen uns doch Gewalt an. Wir drohen nur, wenn ihr droht. Dreht um, oder was? Die Gruppe dreht um. Gleichzeitig greifen weiter entfernt Fans einen Wagen der Polizei an. Bundesweit mussten in der vergangenen Saison 749 Spiele durch Polizisten begleitet werden. Bei Auseinandersetzungen wie dieser werden immer wieder Fans und Polizisten und auch Unbeteiligte verletzt. Da können wir ja nicht zugucken. Der Auftrag? Straftäter finden. Die können jetzt alle hinten rum, ne? Ja. Doch die Suche gestaltet sich schwierig. Wo sind die gewalttätigen Fans? Hast du den Standort von Ihnen? Bitte? Den Standort? Ja, ich glaube nicht. Es dauert einen Moment noch. Ja, höchstens. Was war denn da los? Na ja, der Fanmarsch hat sich aufgelöst. Von daher müssen wir jetzt mal sehen, wo die ganzen Fans abgeblieben sind. Die müssen ja doch irgendwie noch zum Stadion kommen. Und da müssen wir sehen, dass wir trotzdem dranbleiben jetzt. Kommen Sie den Flaschenwert noch festlegen? Nein, bis jetzt nicht. Ja, alle weg. Ja, alle weg. Das weiß ich auch nicht. Alle bei mir in der S-Bahn und ich radiere rum. Sind die mit der S-Bahn gefangen? Ja, klar. Ah, okay. Schon lange gibt es Forderungen an den Deutschen Fußballbund, solche Einsätze mitzufinanzieren. Denn jeder Einsatz der Polizei wird aus Steuergeldern bezahlt. Kurze Unterbrechung bei der Tätersuche. Ja, guck mal, dann habt ihr euch hier gefunden. Perfekt. Gut, der Lippi. Ist das jetzt ein bisschen entspannter? Das war jetzt gerade, sind zwei Fans aus England, die haben keine Karten und wollen gerne wissen, wo hier eine Kneipe ist. Die habe ich jetzt gerade noch vermittelt an die Hamburger Fans. Ansonsten warten wir jetzt auf die, wir haben ein paar Straftäter aufgenommen, auch auf Video. Und wir warten jetzt hier an den jeweiligen Stellen, wo sie denn ins Stadion müssen. Und gucken mal, ob wir die wiedererkennen, um sie dann festzunehmen. Heute finden sie niemanden. Der Einsatztag geht zu Ende. Einer von vielen in diesem Monat. So richtig Ruhe haben die Bereitschaftspolizisten nicht. Am nächsten Morgen, in einem Samstag, steht der nächste Einsatz an. Hannover. Fortbildung für die Braunschweiger Bereitschaftspolizei. Auf dem Plan Anti-Terror-Training. Das erste für die Polizisten. An den Wänden martialische Schlagzeilen zur Terrorgefahr. Das Thema beschäftigt Deutschland. Seit kurzem erst werden die Beamten auf Terrorlagen vorbereitet. Eine spezielle Ausrüstung haben sie nicht. Sie sind aber die ersten, die bei Terroranschlägen vor Ort wären. Geübt wird auf einem verlassenen Kasernengelände. Was Fx-Waffen angeht und auch MP5. Geschossen wird mit Übungsmunition. Fahrpatronen sollen einen Treffer markieren. Im bisherigen Dienst hat hier noch niemand auf Menschen schießen müssen. Hinter diesem Gebäude befindet sich das jüdische Gemeindezentrum. Und ihr seid in einem Einsatz zum Schutz dieser Veranstaltung eingeteilt. Dürft aber nicht direkt vor das Gebäude. Von daher steht ihr abgesetzt. Also gleich hier vorne, da wo der Eingang ist. Da könnt ihr euch postieren. Hier aber auf der Straße. Also nicht reingehen, sondern ihr bleibt hier vorne auf der Straße. Das ist so euer Punkt, wo ihr euch auffällt. Ihr seid weit genug weg. Fragen noch dazu? Alles andere wird sich dann über Funk entwickeln. Fragen gibt es keine. Alle machen das hier zum ersten Mal. Auch Anne Siebert. Durch die ganzen Geschehnisse der letzten Monate auch, muss man sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Das haben wir bisher so explizit noch nicht getan, weil es sich einfach noch nie ergeben hat. Die Situation war noch nicht da. Ist natürlich schon so, dass es ein ganz anderes Gefühl ist, mit dem man einfach in so einen Einsatz reingeht. Weil man weiß, es könnte eventuell zu einer Situation kommen, wo man wirklich auch die Schusswaffe benutzen muss. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Man muss ganz aufmerksam sein und immer dabei. Anne Siebert und ihre Kollegen platzieren sich in der Nähe des Gebäudes. In dieser Übung ein jüdisches Gemeindehaus. Die Masken sollen sie vor den Fahrpatronen schützen. Sie werden sie brauchen. Jetzt muss die Truppe ran. Aus dem Gebäude sind Schüsse zu hören. Wir haben eine Terrorlage. Erst mal vorwärts, schnell. Person mit Schusswaffe! Kannst du irgendwen sehen? Nein. Wir müssen zu dem Berg. Ja, dann weiter. Bei einem echten Anschlag wären die jungen Polizisten die ersten, die auf die Terroristen treffen. Denn Großveranstaltungen sichert oft die Bereitschaftspolizei. Ja. Wir haben Zinterkontakt. Lea, hier ran. Abstand! Renate! Ende der Übung. Täter gestellt. Alles gut? Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Ich habe zwei Magazine gehabt. Wie lief's? Ja, also letztendlich natürlich eine sehr, ich drück's mal nett aus, unangenehme Situation. Erst mal schwer einsehbar überhaupt der Bereich, sich überhaupt dieser Personengruppe zu nähern. Und dann auch noch ausfindig zu machen, wer ist jetzt dieser sogenannte beschriebene Täter. Also fand ich sehr bemerkenswert, sehr gut. Dann schnell einen Überblick verschafft. War eine sehr gute Idee von Nick, als er gesagt hat, wir gehen einfach in das Haus rein. Da haben wir einfach die besten Möglichkeiten, da zwischen den Fenstern immer wieder Deckung zu nehmen und zu suchen. Und rechnet vielleicht auch keiner unbedingt mit, dass wir uns jetzt in dem Gebäude befinden und nicht außen lang gehen. Ich glaube, das war auch unser Vorteil. Ansonsten hätte es bestimmt einen von uns getroffen. Gehe ich stark von aus, weil Schusswechsel war jetzt auch nicht gerade minimal. Längst nicht alle Bundesländer haben für ihre Bereitschaftspolizisten spezielle Antiterror-Trainings vorbereitet. Oft fehlen die Zeit und, mal wieder, das Personal. Braunschweig. In der Spätschicht von Frank Vogtländer und Sina Begemann geht es um eine Bagatelle. Ein Falschparker. Gib dir mal ein Kennzeichen, probieren wir mal den Halter zu erreichen. Warten auf den Abschlepper, das kann dauern. Doch sie haben Glück, die Fahrerin kommt zufällig vorbei. Der Abschlepper kann wieder umdrehen. Folgendes, weshalb wir hier sind, die Herrschaften wollten raus. Konnten sie nicht, weil sie direkt davor stehen. Haben Sie Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis dabei? Die Führerin ist ja gerade vor Ort erschienen, du brauchst nicht mehr suchen. Dann wäre es nett, damit die Herrschaften loskönnen, wenn sie den Waren einfach einmal einen Meter zurücksetzen könnten. Bist du schon abgestellt bei 1.0? Ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. In diesem Fall stimmt es. Die Frau muss den teuren Abschleppwagen nicht bezahlen. Wir würden allerdings ein Ordnungsfähigkeitsverfahren gegen sie einleiten, kommt ein Verwarngelder auf sie zu. Damit muss ich leben. Ja? Ja, gut, okay. Protokolliert werden muss trotzdem alles. Selbst Bagatellen müssen schriftlich festgehalten werden. Ein Verwaltungsakt, das kann Stunden dauern. Zeit, in der die Beamten auf der Straße fehlen. Das ist schon immer viel Schreibarbeit. Wenn man dann weiß, warum man das Ganze jetzt macht, auch für eine simple Fundsache schreibt man da teilweise einen einseitigen Bericht, dann braucht man da schon ein bisschen Zeit für. Immer mehr Großereignisse und Events in der Stadt binden immer wieder Beamte, die woanders fehlen. Da bleibt nur noch den Mangel zu verwalten. Das heißt, ich muss Kollegen quasi ihr freies Wochenende wegnehmen, damit ich das Personal zur Verfügung stellen kann, um diese Einsatzlagen zu bewältigen. Kann ihnen aber gleichzeitig nicht an einem Dienstwochenende dienstfrei gewähren, weil wir sagen, wir brauchen, um die Arbeit hier zu erledigen, mindestens so und so viele Leute. Und wenn ich meine Urlaube abziehe und jetzt die Sommermonate stehen jetzt wieder vor der Tür und die Ferienzeit, dann werden wir quasi den gesamten Sommer mit allen Leuten durcharbeiten müssen. Da ist es vielleicht mal möglich, in einem Frühdienst oder in einem Wochen-Nachtdienst mal eine Schicht freizunehmen, aber ansonsten muss da durchgearbeitet werden. Sachsen-Anhalt. Hier wurde in den letzten Jahren besonders viel Personal gespart. Es fehlen knapp 1000 Polizisten. Deshalb werden nun erst mal 20 Hilfspolizisten ausgebildet. Sie sollen die richtigen Beamten vor allem bei der Verkehrsüberwachung unterstützen. Polizeikommissarin Virginia Zedekker hat 3 Monate Zeit, die Hilfspolizeianwärter für den Einsatz vorzubereiten. Dann sollen sie auf die Straße. Auf ihrer Uniform steht schon jetzt Polizei. Heute sollen sie den Umgang mit Pfefferspray lernen. Der eine oder andere wird auch vor Schmerzen laut anfangen zu schreien. Auf sowas müssen sie sich dann gegebenenfalls einstellen. Dass man sie auch nicht unbedingt an sich heranlässt, an denjenigen, den sie dort mit Pfeffer besprüht haben, dass der sie vielleicht auch wegstößt, weil er eben halt diese Schmerzen hat. Ich habe ja gesagt, einen Selbstversuch machen wir nicht, weil es ist wirklich unangenehm, sollte man vermeiden. Die Hilfspolizisten kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, etwa Friseurin oder Goldschmied. Der berühmt-berüchtigte Polizeisporttest blieb ihnen erspart. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von drei Monaten, den wir ausbilden. Die normale Ausbildung des mittleren Dienstes bei uns im Sachsen-Anhalt beträgt zweieinhalb Jahre, die zum gehobenen Dienst sogar drei Jahre. Ich denke, das ist dann schon aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht möglich, da mehr zu vermitteln, als wirklich nur anzureisen. Franziska Franz-Zendgraf war früher bei der Post. Dann blieb sie zu Hause, um ihre drei Kinder großzuziehen. Nun sucht die 45-Jährige noch einmal eine Herausforderung. Dauert es länger mit Taschen. Also für mich jetzt persönlich oder ich. Was geht es jetzt? Taschen sind noch neu? Okay, jetzt kriege ich noch mal raus. Dauert ein bisschen lange. Das dauert lange, mir dauert es lange. Also ich wäre so, zack, und ein Griff, und dann habe ich es. Ich komme schon aus einer Polizeifamilie. Mein Vati war bei der Polizei und mein Opa. War schon immer mein Kindheitstraum gewesen. Ich möchte halt meinen Beitrag dazu leisten, als Hilfspolizeibeamtin in erster Linie für Ordnung und Sicherheit im Land zu sorgen. Einen Beamtenstatus haben die Anwärter allerdings nicht. Ihr Vertrag ist auf zwei Jahre befristet. Eingesetzt werden sie ab August dann immer gemeinsam mit einem regulär ausgebildeten Polizisten. Und ansonsten immer sprühstößig. Ich hatte vorhin gesagt, nicht länger als eine halbe Sekunde bis Sekunde. Personen ansprechen, gehen Sie zurück, unterlassen Sie die Handlung oder ich werde Pfeffer einstellen. Wenn Sie sich ansetzen, macht da nicht, macht da nicht, Pfeffer sprühen und ausweichen. Aus 160 Bewerbern wurden 20 ausgewählt. Dabei kam es aber nicht nur auf ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis an. Auf einer Seite ist es schon mal dieses Auftreten, weil man ist ja in der Öffentlichkeit präsent. Man sollte sich schon gut verkaufen können. Kommunikativ ist das auch immer so eine Geschichte. Teamfähigkeit, alles das, was so den guten Umgang generell unter den Kollegen nur fördert. Hören Sie auf, ich werde Pfeffer einsetzen. Pfefferspray bleibt neben Handschellen ihr einziges Werkzeug. Und was ist, wenn jetzt die Hilfspolizisten angegriffen werden? Also im Prinzip ist es immer so die Richtung einfache körperliche Gewalt. Das, was jeder normale Mensch auch denn dann machen würde, steht Ihnen natürlich genauso zur Verfügung. Und da muss man sich denn dann helfen. Wir qualifizieren aber jetzt im Rahmen dieser Ausbildung das erst mal nicht. Kleines Szenario. Ich habe den Herrn Krause noch mal gebeten, sich hier als Lumich zur Verfügung zu stellen. Also Lumich ist bei mir immer so ein Begriff für Übeltäter, ja, Straftäter. Er wird sie verbal attackieren, vielleicht auch anfangen ein bisschen zu schubsen. Sie versuchen dann dann, sich ein bisschen Raum zu schaffen und ziehen das Pfeffer und attackieren ihn denn dann mit Pfeffer. Er bekommt von mir eine Schutzbrille, damit dann... Krawall wegen des Blitzgeräts. Das kann schon mal ungemütlich werden. Jetzt baust du ab, oder was? Ruhige Blitzworte, oder was? Wie soll denn das? Ganz ruhig. Hör, ruhig, ist der letzte, oder was? Abstand, ruhig, ist der letzte. Setz Pfeffer ein, ruhig. Komm, hinsetzen. Setz dich hin. So, ganz ruhig. Man darf halt keine Angst haben. Man muss die Angstschwelle hier überwinden. Aber es ist interessant und man muss üben, üben, üben. Das ist ja jetzt nur eine Übung, aber es könnte ja irgendwann mal ernst werden. Ja, aber dann, also ich gehe jetzt mal von mir aus, dann kommt das spontan. Also Angst habe ich nicht. Die Hilfspolizisten bekommen circa 1900 Euro im Monat, brutto. Als verbeamtete Polizisten bekämen sie mehr. Also ich persönlich kann keine Perspektive bieten, ja, ich kann nur darauf abstellen, was bekannt ist. Sie haben einen Arbeitsvertrag für zwei Jahre unterschrieben. Was nach diesen zwei Jahren sein wird mit Ihnen, wie sie weiter verwendet wird im Land, diese Frage kann ich nicht beantworten. Über die Zukunft der Hilfspolizei entscheidet das Innenministerium Sachsen-Anhaltz. Hier gibt man sich optimistisch. Das Projekt Hilfspolizei war die Idee von Minister Holger Stahlknecht persönlich. Wir haben einen ermittelten Bedarf von Polizeibeamten für dieses Land von 7000 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben derzeit etwas über 6000 Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir haben ein Delta, was wir in den nächsten Jahren ausgleichen müssen, von 1000 Polizeibeamtinnen und Beamten. Und diese Lücke, bis wir die aufgefüllt haben, die kann mit ersetzt werden durch Hilfspolizeibeamten, weil sie uns dort an der Stelle entlasten. Von Hilfspolizisten halte ich gar nichts. Und es scheint mir also politisch ja wirklich als ein Offenbarungseid zu sein. Also wenn ein Bundesland nicht in der Lage ist, seine Polizei personell so gut auszustatten, dass sie auch tatsächlich die Aufgaben wahrnehmen kann, dann haben wir da ein ernstes Problem. Aber das lösen wir nicht über Hilfspolizisten. Da, wo Polizei draufsteht, also im wahrsten Sinne des Wortes auf der Uniform, da muss auch Polizei drin sein. Also ich halte das für nicht maßgeblich, diese Unterscheidung durchzuführen, weil für den Bereich, in dem die Hilfspolizei eingesetzt ist, immer unter Begleitung eines erfahrenen Polizeibeamten, hat derjenige die Befugnisse, die er gegenüber dem Bürger braucht. Und ich frage mich auch, was soll denn ein Bürger machen, wenn auf dem Hemd hinten stehen würde Hilfspolizeibeamte? Das wird doch die Bevölkerung noch wesentlich mehr verwirren. Und insofern ist das, was Kritiker vorwerfen, sicherlich eine theoretische Diskussion, weil man alles immer kritisch hinterfragen kann. Mir persönlich fehlt die Vorstellungskraft, wie auf einem mehrwöchigen Lehrgang Menschen ausgebildet werden sollen, die dann zum Teil polizeiliche Aufgaben wahrnehmen. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr schwierig. In neun Bundesländern sind bereits Hilfspolizisten auf der Straße. In Sachsen sind sie sogar bewaffnet. Die Antwort der Politik auf ihren eigenen Sparkurs. Hamburg. Die Beweis- und Festnahmeeinheit aus Eutin ist heute bei der 1. Mai-Demo im Einsatz. Bei einer Routineüberprüfung finden sie plötzlich selbstgebaute Sprengsätze in den Rucksäcken einiger Jugendlicher. Farbbomben und Spraydosen, die mit Böllern explodieren sollen. Diese Sprengsätze können lebensgefährlich sein. Wenn man sich die jetzt hier anguckt, die sind ab 15, 16, 17, hätte auch ich nicht gedacht, obwohl ich relativ lange bei Demos dabei bin, dass die solche Dinge dabei haben. Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn solche Sachen jetzt während einer Demo gezündet werden? Also es ist eine Sprengvorrichtung. Alles, was man sich da vorstellen kann. Also hohe Druckwelle mit allen Verletzungen, die daraus entstehen können. Das gewaltbereite Klientel bei Demos werde immer jünger, sagen Beamte. Und nicht nur das. Polizisten sollen offenbar gezielt verletzt werden. 1650 Polizisten aus drei Bundesländern sind in Hamburg an diesem Tag im Einsatz. Die erste Mai-Demo verläuft zunächst friedlich. Dann fliegen Böller. Auf der Marschroute kommt es jetzt zu heftigen Auseinandersetzungen. Man hörte gerade, skandierte gerade, die Bullen haben Bock. Wir auch. Also ich würde lieber nach Hause gehen. Wir müssen weiter. Bis später. Da, links, links. Demonstranten berichten jedoch, auch einige Polizisten würden immer brutaler. Die Fronten sind verhärtet. Mitten im Gewühl, Kollegen. Das heißt, Ihre Versammlung ist hiermit aufgelöst worden. Sie haben die Pflicht, sich zu entfernen. Ich befürchte fast nur, dass wir alles aufmachen müssen. Das glaube ich auch. Das heißt, Ihre Versammlung ist hiermit durch die Polizei aufgelöst worden. Wir gehen an die Tankstelle und wir müssen gucken, dass wir die Grünfläche im Auge behalten. Demonstrationen werden aus Sicht der Polizei immer öfter zum Katz-und-Maus-Spiel. Experten sagen, politische Forderungen treten hinter den Eventcharakter zurück. Also die Demo ist jetzt aufgelöst worden von der Polizei, weil es unfriedlich geworden ist. Das heißt, die ganze Einschließung wird jetzt gerade geöffnet und wir reagieren jetzt nur noch darauf, ob es weiter unfriedlich bleibt. Bis tief in die Nacht bleibt es so. Braunschweig. Wieder Nachtschicht für Sina Begemann und Frank Vogtländer. Nach einer Schlägerei im Stadtpark suchen sie einen der Täter. Alles, was sie haben, ist eine vage Beschreibung über Funk. Der junge Mann auf dem Rad ist es nicht. Sie müssen weitersuchen. Dann können wir ihn ausschließen. Okay, dann können Sie weiter. Danke. Das kam raus. Ja, jemand mit einer roten Trainingsjacke und darüber einen schwarzen Kapuzenpullover. Und das hat ja bei ihm so ein bisschen gepasst. Einen Computer mit einem Fahndungsfoto haben sie nicht dabei. So ein spezieller Polizeilaptop ist derzeit in der Erprobungsphase. Das wäre was für uns. Das wünschen wir uns auch. Weil ich selbst weiß ja, was ich dann für Informationen brauche. Wenn ich die schwarz auf weiß auf dem Tablet vor mir habe, dann kann ich die sehr viel besser für mich selbst filtern, als wenn das Dritte für mich tun. Sprich, jetzt ist es so, dass wir über Funk unsere EDV-Stelle ansprechen. Da sitzt ein Kollege oben in der Leitstelle und gibt uns dann die Information weiter, die er dann entsprechend sieht und trifft so eine Vorab-Auswahl. Insbesondere bei Personenbeschreibungen. Also viele haben ja eine Kriminalakte mit Bild. Bevor mir dann ein Kollege über Funk fünf Minuten lang beschreibt, wie die Person aussieht, dann könnte ich mir einfach ein Bild angucken und dann weiß ich es halt genau. Hört sich nach einer sinnvollen Sache an. Doch wann die Polizei flächendeckend damit ausgestattet wird, ist noch unklar. Nächster Einsatz. Diese Geburtstagsparty endet früh. Eine junge Frau ist total betrunken, nicht mehr ansprechbar. Die Rettungssanitäter kommen dazu. Ihr Zustand ist ernst. Es besteht der Verdacht auf Drogen im Getränk. Damit haben es die Beamten immer öfter zu tun. Ich weiß, das ist Ihre Freundin, verstehe ich auch. Sie hat aber einfach nur ein bisschen tief ins Glas geschockt. Sie hat drei Mischen und zwei Tequila. Und sie ist so, eigentlich ist sie nicht so. Ihr wisst jetzt auch nicht, was sie getrunken hat. Nee, also angeblich drei Mischen und zwei kurze. Okay, aber offene Getränke. Müssen wir ihm gratulieren? Haben Sie Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Also jetzt ist, glaube ich, der Geburtstag zu Ende. Kannst du mal ganz kurz versuchen, hier lange kräftig reinzupusten, bis ich Stopp sage? Volles Face! Pass auf, ich halte dir das mal vor. Und los, richtig. Ihre Freundin verbringt die Nacht im Krankenhaus. Der Verdacht auf K.O.-Tropfen in den Getränken bestätigt sich nicht. Alkohol und Drogen spielen bei vielen Einsätzen eine Rolle. Immer wieder werden die Polizisten auch selbst bedroht oder angegriffen. In ihren Augen wird das immer schlimmer. Dann meine ich wirklich Respekt in seiner niedrigsten Form. Also ich rede jetzt überhaupt nicht davon, dass ich oder meine Kollegen, dass wir erwarten würden, dass sobald wir vor Ort erscheinen, dass dann, auf gut Deutsch gesagt, die Hacken zusammengeknallt werden und man sagt, guten Abend oder guten Tag, Herr Wachmeister, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich Ihnen helfen? Sondern die geringste Form des Respekts, das ist für mich, dass ich eine vernünftige Unterhaltung führen kann, dass ich nicht beleidigt werde, dass mir keiner vor die Füße oder ins Gesicht oder an den Körper spuckt und vor allen Dingen auch, dass ich nicht angegriffen werde. Angst erst gar nicht entstehen lassen, das ist wichtig, sagen sie. Und gleichzeitig sehr schwer. Wenn ich weiß, ich kann einen Polizeibeamten angreifen, anspucken, beleidigen, schlagen und erfahre keine Konsequenzen. Was mache ich dann beim nächsten Mal, wenn ich mich wieder in so einer ähnlichen Situation befinde? Mehr Gewalt. Sie spüren das als Erste. Nichtsdestotrotz macht es mir Spaß, vielleicht auch gerade wegen der Kollegen. Man sieht es ja eigentlich fast häufiger als die Familie und die Freunde. Und dennoch gibt es sie, die Erlebnisse, die sich einbrennen. Ich mache mir oft Gedanken bei Suizideinsätzen, wo man dann hinkommt, was jetzt die Person dazu getrieben hat, aus dem Leben zu scheiden. Das sind dann so Kleinigkeiten, die bei mir dann noch so drinbleiben. Wir waren mal bei einem Einsatz, da ist eine Person aus dem Hochhaus gesprungen. Und wir waren dann noch in der Wohnung direkt danach drin. Und da stand noch eine Tasse Kaffee auf dem Tisch und die war noch warm. Und das heißt, die Person hat gerade vorher noch einen Kaffee getrunken und von einer Sekunde auf die andere hat sie sich entschieden, da runter zu springen. Und ja, da mache ich mir dann Gedanken drüber, wie man da so kurzfristig drauf kommen kann, da jetzt runterspringen zu wollen. Nachts ist manchmal genug Zeit, um so etwas sacken zu lassen. Es ist mittlerweile vier Uhr morgens. In drei Stunden können Sina Begemann und Frank Vogtländer Feierabend machen. Vielleicht.